Er ist der Tevio, er ist die absolute Hauptfigur des Stückes. Er ist der Milchmann im Dorf Anatevka und versorgt die Einwohner quasi mit seinen Milchprodukten. Er hat fünf Kinder. Drei davon, die ältesten Töchter, sollen verheiratet werden schon. Die sind schon im heiratsfähigen Alter. Das ist Zeitl, die Älteste, Hodl und Chava. Und natürlich sein Goldschatz, die Golde, seine Frau, die schaut, dass zu Hause alles am rechten Platz ist. Das muss ja Liebe sein, weil du liebst mich. Ich glaub, dass ich's tu. Ich lieb dich, Golde, immer zu. Er ist einfach ein herzensguter Mensch, der große Liebe zu seinen Töchtern, zu seiner Familie hat. Seine Familie steht für ihn absolut im Zentrum. Und er versucht eben diese Vereinbarkeit von Familie und jüdischer Tradition für sich zu bewahren. Es gibt ein paar Sachen, die lass ich nicht durch. Teil Jahr. Heiraten, das arrangiert nur der Papa. Darin ändert sich nichts. Manche Stimme streich, nehm ich in Kauf. Doch wo hört das auf? Wo hört das auf? Wo hört das auf? Also es geht in Anatevka um Hochzeit, um Heirat, um Verheiratung. In dieser Zeit, in Anatevka oder im Judentum, gibt's den Heiratsvermittler. Bei uns ist die Heiratsvermittlerin die Jente. Jente, oh Jente, oh sei doch gescheit. Ich bin noch jung, mir lohnt dir die Zeit. Und Ente bringt uns eine gute Partie, bricht bitte nichts übers Knie. Zeitl ist schon die Älteste und so wie Hodl so schön sagt, erst wenn sie unter der Haube ist, dann kommt die Hodl dran. Das heißt, erster Fokus liegt mal auf der Hochzeit von Zeitl. Und die möchte aber nicht denjenigen heiraten, den Jente vorschlägt, sondern ihren verlobten, heimlich verlobten Model, den Schneider. Und hat einen Mann aus mir gewohnt. Oh, Mensch, schon wissen Sie, sehr lieb. Ein Städtl ist ähnlich vielleicht einem jüdischen Ghetto, wie man es später kennt aus Polen, aber es ist eigentlich ein Dorf, wo allerdings aber auch ganz arme Russen lebten und sie lebten quasi nebeneinander in diesen kleinen Dörfern. Das Städtl an der Tevka ist in der Ost-Ukraine angesiedelt und die politische Situation schlägt in die Richtung, dass Juden eigentlich regelmäßig vertrieben werden aus ihren Städteln, aus ganzen Landkreisen. Es kommt zum ersten Pogrom bei der Hochzeit und schließlich am Ende des Stückes müssen sie wirklich ganzes Hab und Gut zurücklassen und innerhalb von drei Tagen an der Tevka verlassen. Es tut mir auf, wenn Sie sagen. Glauben Sie mir. Pasch Sie! Wir haben uns dann gedacht, einfach ein Städtel auf die Bühne zu stellen wäre uns zu plakativ und haben dann ein Symbol für dieses Vertriebensein, Vertriebenwerden, für diese Reise, für diesen Exodus, der das Judentum seit Anbeginn begleitet, waren wir auf der Suche danach und haben den Koffer als Schlüssel gefunden für uns und so kommt ein 1905, 1907 eingemottertes Städtel in einem Koffer zu uns auf die Bühne nach Graz. Es wird ein quicklebendiger Abend. Es ist ein bunter Abend aus der Zeit. Wir erzählen die Geschichte mit sehr viel Liebe zum Detail und es ist ein riesen Gemälde, ein riesen Wimmelbild und die ganzen Figuren, es gibt überall etwas zu entdecken, die ganzen Figuren werden dieses Städtel hier in Graz zum Leben erwecken. Schne, 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 Schne!